Okay, also vier Zugangskarten. Aber ich finde das schon mal sehr gut zu wissen, dass... Moment, kann es sein? Ich meine mich zu erinnern, dass dieser Schufa-Kopf oder irgendwo, wo vier Zugangskarten gefunden hat. Da ist ein Auto. Ja. Ich meine, der war eigentlich eher die Tatsache, dass, ähm... Das hast du mich rausgebracht, vielen Dank. Oh, die Ohne. Das ist eine unglaublich schöne Badewanne. Mhm. Ein Parfum. Was hab ich denn gerade erzählt? Weiß ich nicht. Nee, wo war ich eigentlich gerade dran? Ehrlich, ich war doch gerade in irgendwas dran. Bevor du mich mit den blöden Vier-Axis-Cards unterbrochen hast. Ach ja. Ach, komm, hör auf. Ja, was war jetzt? Die Tatsache, dass man mit Enter auch die Loks aufruft, war mir neu. Mhm. Hab ich auch zu den Enter gedrückt, wollte ich nämlich gar nicht. Und hat dann das Log aufgerufen. Deswegen war es mir weniger unfreiwillig so schnell. Aber wir fangen hier oben auch durch. Nee, noch nicht. Es geht ja noch... Es fang nicht durch, meine Güte. Einfach jeder sein eigenes Bad hat. Und das ist einfach jedes Bad unterschiedlich groß und trotzdem zu groß ist. Remember, Siddalow. Ja, haben die sich abgesprochen, oder was wollten die alle hinschreiben? Weiß ich nicht. Panzer fliegt. So. Look what I got. Au. Nein, eigentlich meinte ich hier dieses... wirklich dieses... Look what I got. Im Sinne von... Ich hab' die All-Mighty-Reaktor-Öffnungskarte. Okay. All-Mighty-Reaktor-Karte. Übrigens, die... Die Upgrade-Einheiten, ne? Ja. Die haben doch dieses... Triforce-Logo drauf. In gelb sogar. Ja. Na ja, grün, irgendwie. Ziemlich gelb. Haben wir nur aufgefahren. Warte, ich muss mich erstmal ganz kurz regenerieren. Ist okay. Urlaub machen und so, verstehst du, ne? Ja. So, dann können wir jetzt in den Garten gehen. Nachdem ich diese Spritze aufgelaufen habe. Vier Leben... Ist das eine Energiespritze gewesen, oder? Ja. Irgendwie ist es so. Warte mal kurz, wie viele hab ich davon gerade? 26. Nein, ich brauch gar nicht dringend welche. Okay. Vielen Dank. Öffne dich, Gartentor. Öffne dich, Speicher. Befehl. Speichere dich, Spiel. Legarium Leviosa. Keine Ahnung. Bei dir war sie. Das Schlimmste an der ganzen Welt sind wirklich immer die... Das hoffen und bangen, dass man... Dass die... Dass die... Ballcats funktionieren. Hehe. So, hier war nichts weiter. Okay. Ah, die... Die Insekt... Returns to its natural habitat. You... You'd better not let the grass grow under your feet. Zu spät. Ach, wie niedlich. Hm? Das wie wo? Ninja Turtles. Die sind... Die sind... Die machen Schaden. Beide. Beide, ja. Aber warte, ich habe... Doch... Brandgranaten. Und sie legen sich komplett synchron. Das ist übrigens noch eine dritte. Du hast das überlebt? Ja. 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 Ich stand im Bach. Die sind irgendwie nicht wasserdicht. Oh, ich bin da. Hallo, dich hat mir noch gar nicht. Und du bist direkt die, die springen kann. Das ist nicht nett. Und die mich verknüpfen war. Und mich auch. Dabei habe ich draufgeschlagen, ne? Und mal Antitoxin spritzen. Na, lohnt's hier eh nicht. Ein Pilz. Ein Vertex-Pilz. Aber das ist extrem hübsch hier. Wenn man von den eingefrorenen Vögeln absieht. Ja, die sind ausgestopft. Auf Metall. Kannst du gerade sagen. Ein Nummernfeld. Hinter dem Baum ist ein kleiner Durchgang. Okay. Gut zu wissen. Merken wir uns. Hoffentlich. Hier noch eine Leiche. Ein Nitten. Da wollte ich gerade hin. Und Mais? Ein Mais. Hör mal. Du hörst das auch, ne? Ne. Ah. Der macht kaputt. Okay. Da hat mich das Gift erwischt. Das war wieder so eine Schockreaktion. Ja. Ich laufe um die Ecke. Steht der Kerl plötzlich vor mir direkt. Ich schieße, hau mit der Granate die Wand an und bring mich selbst um. Das hast du toll gemacht. Wo bist du denn du gerade eigentlich? Hinter mir. Wo? Äh. Ich bin gerade bei der Spinne. Seht ich nicht. Ich versuche, kein Volk zu fliegen. Du hörst mich aber nicht. Wirklich? Ähm. Auf der rechten Seite. Keine Ahnung, wo gerade rechts ist. Ich weiß nur, was ich gerade an der Stelle, wo wir gerade die ganzen Viecher gerade plattgemacht haben, freigeräumt habe. Okay. Und das ist selber mal im Durchgang. Ich höre dich auf jeden Fall. Deine Schüsse höre ich, ja. Gut. Wie so kann man die nicht looten. Weil die nichts haben. Ja doch, Leder. Bist denn du jetzt gerade? Ich bin jetzt gerade im Hauptraum. Und schwimmen in der Mitte rum. Unten? Ach, neben dem Hauptraum. Moment, bleib stehen. Die Fische haben Lebensleisten. Boah, endlich kann ich dich mal sehen. Meine Fresse. Was denn? Die Fische haben keine Lebensleisten. Bei mir schon, wenn du genau drauf zielst. Ach ja, wie du meinst. Und nachladen. Habe ich eigentlich noch die anderen Granaten? Disruptorgranaten, Sprenggranaten, Annäherungsgranaten, EMP. Ich bleibe bei Sprenggranaten. Repariere nebenbei mal kurz. Den hier und den hier. Ja, es reicht. Die gehen nicht so einfach kaputt. Leider. Ah, das war eine Echse. Hm, was? Da war noch eine Echse dahinten. Sehe ich nicht. Ich werde um die Ecke gelaufen. Ich habe keinen Bock auf die. Ach so. Was? Die bringen einen immer um. Boah. Hier ist er auch hübsch. Ja. Vor allem, weil die Bäume sehen echt aus wie die Playmobil-Bäume. Ja, mich schon. Hm? Da drüben war ich noch nicht dran. Aha, okay. Glaube ich. Doch, hier war ich auch schon dran. Wir sehen noch einen extra Bereich eigentlich. Wirklich, was die geben tut es dir wahrscheinlich eher weniger. Na ja, weiß man nicht. Ja, was? Die Reaktorkarte haben wir. Ja, jetzt wissen wir zumindest auch, wie diese Hexenviecher kämpfen. Hexenviecher? Hexenviecher, hm? Übrigens, ach, Hexenviecher. Übrigens glaube ich, dass wir noch eine Lok haben. Hören wir uns das mal an. Hör mal nicht. Garret hat sich getötet und ist serving a stretch in a dinky prison cell on the operations deck. Rumor hat es, dass sie ihn red-handed stehlen Zigaretten. Wahrscheinlich denken, dass er noch kein Code für die Schlüsse ist. Kannst du das? Ich hatte noch einen Lok auf jeden Fall. Achso. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten oder nicht. So, also. Ja, das ist ein Schlüsselfeld. Kannst du das hacken? Oder nicht? Help! Was denn? Der Kerl hat mich gesehen und verfolgt. Das Zelt kann man nicht hacken. Aber ich hab's ja nicht angeschaut. Muss ich nochmal schauen. Tod? Tod. Durch. Äp. Wenn du vorgehst, ist das Problem. Naja. Kann man nicht hacken. Warte. Aber gut. Ich teste gerade einfach Wild-Kombinationen. Okay. Schade. Wär auch so schön gewesen. Nachen wir hier Code. Das war so eben mein ganzes Magazin von Schrotpatronen. Wow. Und nochmal vier Schüsse von der normalen Pistole. So, wir gehen jetzt in zum Reaktor, oder? Ja, denke ich mal. Mal speichern. Genau. Rück bei. Gute Güte, dieses Spiel, ne? Wieso, was ist denn? Hey, wir bauen einfach einen Raptor ein. Ja. Hey, wir laden einfach mal neue. Jo, dann machen wir das. Und ich bin einfach zu faul zum Schneiden. Ihr könnt das jetzt alles mitsehen. Mal wieder. Oh ja. Quit to Main Menu. Multiplayer. Einem Spiel beitreten. Moment, ich starte immer neu. Und die IP, die euch eh nichts bringt. Ja. Weil das ja nicht die Original-IP ist. Ja. Kontakt mit der Leiter aufnehmen. Und nochmal. Der Leiter. So, jetzt. Ja, so. Der letzte war dieser hier, glaube ich. Äh. Ja. Doch. Wir wollten aber durch. Ja, erstmal normalisieren lassen. Achso, ja. Dann hoffen wir nochmal. Ja, ganz kurz nochmal. Bitte. Erstmal. Hab ich jetzt gestört. Ich wollte unbedingt die aufs Perfekt haben. So, okay. Okay. Wollst du ich machen? Nee, ist gut. Ich mach jetzt erstmal was anderes. Du gibst blaue Funken ab. Ich hole eine Pflanze. Warum es geht. Ich wollte gerade sagen, warum? Hui. Ich drücke halt einmal drauf, ne? Ja. Oh. Oh, das ging schnell. Sehr schnell. Das geht immer schnell, wenn ich da drauf drücke, aus irgendeinem Grund. Ging's jetzt einmal auch, wenn du dich erinnerst, beim Aufzug. Mhm. Ah, dieses blöde Implantat brauche ich gar nicht. Warte mal kurz, ich packe mal das Runfest. Runfest. Was? Das Runfest. Holy cow. Das ist sehr schnell, ja. Ich bin aber kurz schneller als die Shurikens. Ist okay, oder? Gimmi, gimmi. Ich will auch. Ich bin einfach zu schnell für die Viecher. Okay. Ich rutsche nämlich auch... Ich rutsche nämlich auch ein Stück weiter automatisch. Weil man immer langsamer wird erstmal wieder. Ich rutsche nämlich auch ein Stück weiter. Ja. Ich rutsche nämlich auch ein Stück weit. Ich rufe immer langsamer. Für sich das Built One gutβ